Wir wissen ja, von da blaues Hütchen, wenn er da drinnen ist, kann er direkt gehen. Also muss ich mein Tor sozusagen betreiben. Sobald er das blaue Hütchen, das ich nicht beschritten habe, was kann denn da noch passieren? Er kann eigentlich nur noch passen. Warum habt ihr da nicht die Eier? Die deckt doch immer noch kurz. Aber dadurch, dass ihr alle hier klebt und euch hier herstellt, also dem Sie folgen, ihr müsst an der Stelle dann den Mut haben, das dünn loszulassen. Und deswegen soll euch diesen U11, lasst kurz los, legt euch in den Raum hinein. Nicht langsam, sondern hier, ihr seht, er geht rum, von da aus. Weil dann deckt ihr immer noch kurz ab, ihr deckt aber auch die Querpassmöglichkeit ab. Ihr müsst diesen Mut haben. Okay? Weiter. Guck mal, ganz sicher. Jawohl, sehr stark. Abseits und durchlaufen. Jawohl, guck mal, da kommt einer raus aus der Kiste. Siehste? Und schwer? Und schwer? Na, guck mal. Also, den kann man halten. Yes. Yes. Stark. Ich weiß nicht, wie ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wie ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wie ich jetzt bin. Irgendeiner Rundschung hat das. Ja. Ja, aber oft, wenn er aufhört ist. Ich bin jetzt prima oder wie ich jetzt. Ich bin jetzt prima oder wie ich jetzt. Ich bin jetzt. Jaaa, jeder einer durchgesteckt da. Stark geblockt, sehr stark. Weiter Ball. Sehr schön, sehr stark. Gut gekreuzt. Ist aber nicht so gut für den Karo. Schad geholt. Oh nee! Lang, lang! Weiter Ball. Weiter Ball. Boah, meine Ablage, ja perfekt. Normaler Abwehrspieler haus und raus. Stimmt. Aber das Tor war auch deutlich abseits. Stopp, 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 stopp. Er macht das immer. Sehr gut. Nix da. Jaaa, genau so. Hallo! Hallo! Jaaa, komm! Jaaa, komm! Jaaa, komm! Jaaa, komm! Jaaa, komm! Spätestens jetzt, ne? Die kurze war wieder schön zu, aber der Querpass ist nicht abgedeckt. Möp, 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 möp! Jaaa, komm! Jaaa, komm! Jaaa, komm! Genau! Jaaa, komm! Jaaa, komm! Jaaa, komm! Jaaa! Weißt du was beschissen ist? Der blöde Abwehrspieler! Scheiß Abwehrspieler! Einen Fuß dazwischen! Jaaa, aber der Laufweg war so genial, ne? Jaaa! 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 Kaciklaus! Boaa! Maschine! Maschine!